Servus ihr Lieben, Willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar, ihr seht es schon, der Herr Dattel zieht um und zwar mit dem Livestream von YouTube zu Twitch. Warum? Ja, ihr habt es sicherlich in den letzten Livestreams gesehen hier auf YouTube, das Ganze ist technisch noch nicht so der Hit. Gerade der Chat hat ja pausenlos rumgespackt, möglicherweise weil das Ganze eh noch in der Beta-Phase steckt. Drum werde ich ab sofort auf Twitch streamen und hoffe, dass es dort technisch alles besser klappt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dorthin folgt, klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung und auf Twitch dann folgen, so verpasst ihr auch keinen Livestream mehr. Und ich singe meinen Text heute wieder, warum auch immer, es ist Montagmorgen eigentlich kein Grund für gute Laune, ist ja auch egal, das Wetter ist auch wieder schlechter geworden. Ah ja, daran hat man sich mittlerweile gewöhnt im Sommer 2016. So, ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgt und ansonsten sehen wir uns hier wieder im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 tamanho Smith. Ciao.